Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal SilasF. Keine Angst, ich springe nicht auf den Hype-Train auf, wie man es in Neudeutsch sagen würde und zeige euch irgendwie in diesem Video, wie ihr viel Geld mit Fiverr verdienen könnt oder einer anderen Plattform. Aber ich habe gemerkt, dass das Thema gerade relativ relevant ist. Auf YouTube gibt es zur Zeit so einen Trend, wo viele Leute zeigen, wie viel sie schon mit Fiverr verdient haben. Jünglinge, die Geldbindel fürs Thumbnail in die Kamera halten und sagen, hey, klickt hier drauf und ich zeige dir, wie du tausende von Euros verdienst. Und auch ganz viele Anleitungen, halbstündige Anleitungen, wie man sich auf so einer Plattform eben einrichtet, um Geld zu verdienen. Und ich möchte heute wirklich mal schauen, hey, was heißt das für uns Kreative, für Filmemacher, für Video-Editors, für VFXler, für Grafikdesigner. Wenn solche Plattformen in Zukunft immer relevanter werden und Leute, Unternehmen direkt auf solche Plattformen gehen und vielleicht gar nicht mehr in ihrer Stadt schauen oder in ihrem näheren Umfeld, was gibt es für Leute, die meine Aufgabe erledigen können? In der globalen Welt drückt alles näher zusammen. Das Internet gibt es inzwischen, ist besser vernetzt und ist schon in mehreren Teilen der Welt, als dass es fließendes Wasser gibt. Das müsst ihr euch mal vorstellen. In Afrika gibt es einen besseren Internetausbau, als dass das Wassernetz ausgebaut ist. Und deshalb möchte ich heute das Thema mit euch anschauen und für dieses Video habe ich mit 50 Fiverr-Leuten geredet, also Menschen, die auf Fiverr Dinge verkaufen und da ist ein bisschen Recherche reingeflossen in das Video. Deshalb würde ich mich freuen, wenn ihr dran bleibt. Ist ein spannendes Thema. Wir sehen uns nach dem Intro. Bis gleich. Was ich vorneweg noch sagen möchte, ich bin kein Verweigerer von Digitalisierung. Ich liebe den Fortschritt. Trotzdem sollte man von Zeit zu Zeit immer mal mit einem Schritt zurückgehen, schauen, hey, wo bewegen wir uns eigentlich hin? Was ist unser Ziel mit dem Ganzen? Und was macht es mit mir selber? Wo befinde ich mich in diesem Prozess? Und damit das Video nicht zu lang wird und auch ein bisschen Struktur hat, habe ich das in mehrere Kapitel unterteilt. Wir wollen als erstes schauen, wo stehen wir gerade? Was machen wir? Wo befinden wir uns arbeitstechnisch als Kreative? Dann Punkt Nummer 2. Was gibt es für Probleme auf solchen Plattformen? Punkt Nummer 3. Was sind die Konsequenzen? Und kann man wirklich realistisch als Kreativer mit solchen Plattformen genügend Geld verdienen, um zu überleben? Was ist die aktuelle Ausgangssituation? Zurzeit arbeiten die meisten Menschen noch in traditionellen Arbeitsverhältnissen. Das heißt, die sind fest angestellt bei einer Firma, arbeiten dort Montag bis Freitags und das machen sie einen Monat lang und am Ende des Monats bekommen sie einen Monatslohn dafür. Und in diesem Verhältnis wollen wir uns jetzt mal eine Person anschauen. Wir nehmen einen Cutter, der beim Fernsehen arbeitet, hat eine Festanstellung da, der geht morgens so um 7, 8 zur Arbeit, arbeitet dann bis 16 Uhr. Dort hat er vielleicht also seine Aufträge, redet mal zwischendurch mit den Kollegen, abends geht er wieder nach Hause. Das wiederholt er Tag für Tag. Und in diesem System ist jetzt nicht unbedingt viel Abwechslung drin. Klar, er hat vielleicht mal eine neue Software, ein neues Update irgendwie. Er trifft vielleicht mal neue Menschen, andere Kollegen, aber an für sich ist es eine immer wiederkehrende Routine, also ein ziemlich striktes statisches System. Und genauso ist statisch eben auch sein Lohn. Er kann sich jetzt nicht unbedingt groß nach oben verändern. Klar, durch Zusatzqualifikation kann man seinen Lohn schon mal ein bisschen steigern, aber es ist relativ unrealistisch, dass er jetzt plötzlich das Doppelte verdient. Genauso ist er auch nach unten hin abgesichert. Es ist jetzt unwahrscheinlich, dass sein Lohn gekürzt wird, wenn er nicht absolute Scheiße baut. Und es ist auch so, dass er eine Absicherung hat. Das heißt, wenn er krank wird, klar, dann wird weiter der Lohn fortgezahlt. Und er ist auch in der Hinsicht abgesichert. Aber es ist alles relativ statisch, monoton. Klar kann man auch in solchen Systemen wirklich Spaß haben. Und ich würde auch nicht pauschal sagen, dass solche Systeme langweilig wären. Aber an diesem statischen Punkt nüpfen eben diese digitalen Arbeitsmärkte an. Die Silicon Valley Jünger und die anderen Start-Up Hubs dieser Welt, auch in Israel, zum Beispiel Fiverr, die sagen, hey, warum bewegt ihr euch überhaupt in solchen statischen Arbeitssystemen? Ihr könnt doch auch euer eigener Chef sein. Ihr könnt selber bestimmen, wie viel ihr verdient, wie lange ihr überhaupt arbeitet, wann ihr Urlaub macht. Warum lasst ihr euch das alles diktieren? Komm doch zu uns und dort habt ihr all diese Möglichkeiten. Das heißt, es ist so ein Stück weit eine Verführung. Mit Zwang würde niemand auf die Plattform kommen. Und hier ist es so, dass eben die Verführung gezielt eingesetzt wird, um möglichst viele Menschen auf diese Plattform zu bekommen. Denn es gibt den Netzwerkeffekt, habt ihr vielleicht schon mal gehört. Und der sagt aus, dass ein Netzwerk oder eine Plattform erst, sage ich mal, wirklich anfängt zu wachsen, wenn immer mehr Menschen drauf kommen. Ganz einfach erklärt, wenn ein oder zwei Freunde von dir auf Instagram wären, würdest du dich da kaum anmelden. Wenn 100 oder 200 Freunde auf so einer Plattform sind, würdest du dich wahrscheinlich ziemlich schnell anmelden. Und das ist der Netzwerkeffekt. Umso mehr Menschen auf einer Plattform sind, desto mehr Menschen melden sich noch mehr, also auf dieser Plattform eben an. Und das Silicon Valley und die ganzen anderen Startup-Hubs dieser Welt, wie auch zum Beispiel in Israel, wo Fiverr ansässig ist, die haben sich nicht umsonst den Arbeitsmarkt rausgesucht. Man sagt, der Arbeitsmarkt ist der größte Markt der Welt, weil alles, was eigentlich so um uns herum existiert, ist menschengemacht. Ein gutes Beispiel dafür ist Gold. Gold im Berg hat keinen Wert. Erst wenn Gold geschürft wurde, in Form von einem Goldbarren gegossen, hat es einen Wert. Und was war dazu nötig? Die Arbeitskraft. Deshalb kann man eigentlich sagen, alles, was um uns herum existiert, hat seinen Wert dadurch erlangt, dass es von Menschen erschaffen wurde. Und jetzt ist es so, Silicon Valley, die ganzen Startup-Hubs sagen halt, hey, in dieser Arbeitswelt, da gibt es so viel Ineffizienz, da gibt es so viele Menschen, die sind unzufrieden mit ihrem Job, aber auch so viel Ungerechtigkeit. Und da ist es relativ einfach, sich dann als Held zu positionieren und die Menschen zu verführen und zu sagen, hey, komm zu uns, hier wird es viel besser sein auf unserer Plattform, als es jetzt aktuell ist. Und die Macht dieser digitalen Revolution, was auch den Arbeitsmarkt jetzt konkret angeht, die liegt darin, dass kein Mensch gezwungen wird, da mitzumachen. Nein, die meisten Menschen wollen das sogar freiwillig mitmachen. Die Revolutionäre der Arbeitswelt, wie jetzt auch zum Beispiel Fiverr oder Otis, die werden Sympathieträger sein, bis die Nachteile dieser Monopole eines Tages zum Vorschein treten. Kommen wir jetzt zu den Problemen und Nachteilen, die dann eben mit solchen Plattformen kommen. Punkt Nummer 1 ist die Transparenz, die meistens daherkommt im Mantel der Lob und der kleinen Anerkennung. Ihr seht das meistens in Form von kleinen Badgets. Man kann aus solchen Plattformen Tests ablegen und dann bekommt man eine gewisse Punkteanzahl. Dann steht da zum Beispiel Person, hat 6 von 10 möglichen Punkten im WordPress-Test bekommen. Und dann kann man natürlich auch noch Sternenbewertungen bekommen. Das heißt Kunden, die irgendwo mit dir zusammengearbeitet haben, geben dir sofort eine Bewertung für die Zusammenarbeit. Und jeder andere kann das sehen, wie die Zusammenarbeit war. Und wenn einer vielleicht dich auch jetzt mal nicht so gemocht hat oder wenn irgendwie ein Missverständnis da war, kann es ganz schnell sein, dass du eben negative Sternenbewertungen bekommst. Und die sich sofort direkt auswirken, weil jede Person, die jetzt auf dein Profil kommt, diese negative Bewertung sieht. Und hier ist es eben so, dass es diese komplette Transparenz gibt. Das geht sogar noch weiter. Odesk zum Beispiel, das ist auch eine Plattform für digitale Arbeitsmärkte oder einen digitalen Arbeitsmarkt. Die macht zum Beispiel in der Stunde 6 mal Screenshots von deinem Display, von deinem Computerbildschirm, um zu überwachen, dass du nicht schlammst bei deiner Arbeit. Und damit müssen wir eben rechnen, mit dieser kompletten Transparenz und hundertprozentigen Überwachbarkeit dieser Plattform, dass du deine Arbeit richtig machst. Und das wird dann auch sofort gespiegelt an alle anderen Menschen da draußen. Also das sofortige Feedback, wie du arbeitest und ob du gut oder schlecht bist. Kommen wir zu Nachteil Nummer 2. Bei der Transparenz gerade eben, da kann man vielleicht noch argumentieren, okay, hier ist es einfach so, dass auch irgendwo eine Qualitätssicherung stattfinden muss. Aber Punkt Nummer 2, Nachteil Nummer 2 ist, du hast einen ungemeinen Zeitdruck. Wenn du auf Fiverr ein Gig einstellst, also ein Angebot erstellst, eine Dienstleistung, was du gerne tun würdest, dann ist es so, dass du ein zeitliches Limit festlegen musst, wie lange du dafür brauchst. Das kann 24 Stunden sein, 2 Tage, 5 Tage. Du hast aber ein festes Limit. Und dieses Limit musst du einhalten, egal ob du krank bist, ob du keine Zeit hast, ob was anderes dazwischen kommt. Weil wenn du dieses Limit nicht einhältst, dann ist es ein Punkt für den Algorithmus, dich nach unten abzustufen. Das heißt, du rutschst sofort weiter nach unten in den Suchergebnissen, wirst nicht mehr so häufiger angezeigt. Das resultiert in weniger Anfragen und das resultiert in weniger verdientes Geld. Aber du brauchst dieses Geld ja, wenn man davon ausgeht, dass es dein Hauptjob ist, zum Leben. Und dieser Zeitdruck findet sich nicht nur in diesen Gigs wieder, sondern in allen anderen Elementen auch. Wenn du Leuten antwortest, dann musst du das so schnell wie möglich tun. Wenn ich mit Leuten auf Fiverr geschrieben habe, hatte ich innerhalb von 5 Minuten eine Antwort in den meisten Fällen. Weil es ist einfach so, dass der Algorithmus dich besser rankt, wenn du Leuten schneller antwortest. Das heißt, der Trend geht dahin, dass du eigentlich immer dein Handy und die Fiverr-App angeschalten hast. Und sofort, wenn du eine Benachrichtigung bekommst, musst du antworten. Weil wenn du das nicht tust, dann stuft dich der Algorithmus nach unten, weil deine Antwortzeit schlecht ist. Und wenn man auch schon gerade bei den Nachrichten sind, du musst jeder Nachricht eigentlich antworten. Weil wenn du nicht jeder Nachricht antwortest, dann ist es auch ein Stück weit ein Zeichen für den Algorithmus, dass der sagt, hey, der kümmert sich nicht richtig um seine Kunden, um seine Anfragen. Das ist nicht gut, wir stufen dich ebenfalls weiter herab. Also, du hast in jeder Hinsicht einen zeitlichen Druck. Sei es, wenn es um Dienstleistungen geht, die du anbietest oder darum, wirklich auch Anfragen zu beantworten, musst du wirklich zeitlich eigentlich immer online sein, um dem Algorithmus ein positives Zeichen zu geben, dass du weiter oben gerankt wirst. Kommen wir zu Nachteil Nummer 3. Du bist der Plattform scheißegal, weil du bist ersetzbar. Du bist nur einer von vielen. Wenn wir mal schauen, wie viele Leute in der Grafikabteilung Logodesign anbieten bei Fiverr, das sind über 100.000 und mit denen musst du dich messen. Wenn du da wegfällst, das macht keinem etwas aus. Deshalb, du bist ersetzbar. Und wenn du wegfällst, dann ist der Plattform das egal und die Plattform kümmert sich nicht wirklich um dich. Und wenn ihr in Wirtschaft aufgepasst habt, dann wisst ihr, was ein Polypol ist. Das ist einfach ein Markt, wo es viele Anbieter gibt und viele Leute Abnehmer. Und diese Leute, die müssen zusammengebracht werden. Und dann kennt ihr vielleicht so das Diagramm. Ansteigende Nachfrage bedeutet, dass der Preis sinkt. Und das ist genau der Fall. Ihr habt einen unheimlichen Preisdruck, weil es auch ein Polypol ist. Wir hatten es vorhin von Monopolen. So eine Plattform wie Google, die hat schon fast eine Monopolstellung im Suchbereich. Solche Arbeitsplattformen werden auch irgendwann eine Monopolstellung wahrscheinlich haben. Aber ihr müsst euch wirklich wie auf dem Kriegsfeld abschlachten. Müsst wirklich unter Zeitdruck immer am besten gleich antworten, damit euch der Algorithmus ganz weit oben rankt, damit ihr auch Geld verdienen könnt. Und das ist so pervers, dass es wirklich hier ein jeder gegen jeden, alle gegen alle und so eine Ausspielung von Arbeitskräften weltweit gibt. Kommen wir zur Punkt Nummer 4 und das ist der Punkt, der mich mit am meisten stört. Dazu möchte ich euch eine Geschichte von zwei Jungs aus Pakistan erzählen. Der eine ist gerade 18 geworden und er hat gesagt, dass er mehr verdient als ein Uniprofessor in seinem Land. Und der andere, der hat mir geschrieben, dass er in seinem Land mehr verdient als ein Arzt pro Monat. Und dass er jetzt noch überlegt, drei Jungs aus seinem Dorf anzustellen, die ihm helfen, die ganzen Angebote und Anfragen, die er auf Fiverr bekommt, zu bewältigen. Das heißt, er gründet eine kleine Firma und stellt drei Jungs, 14, 15, 16-Jährige an, die dann irgendwelche Aufgaben für ihn verrichten. Und das alles läuft über Fiverr. Und dann habe ich gedacht, wow, wie kann es sein, dass die so viel mehr verdienen als überlebenswichtige Berufe, wie ein Arzt oder ein Uniprofessor, der für die Bildung vieler Menschen zuständig ist. Und dann habe ich mir auch mal noch die Preise angeschaut, die die für sowas verlangen. Ein Logodesign für 5 Dollar und ein Videoschnitt, der andere war ein Video Editor, für 25 Dollar. Wie kann es möglich sein, dass solche Menschen zu solchen Preisen solche Dienstleistungen anbieten und davon mehr verdienen als ein etablierter Beruf? Das ist ganz einfach geklärt, wenn man sich eine Kennzahl anschaut, nämlich das Bruttoinlandsprodukt per Kopf. Also was eine Person im Schnitt erwirtschaftet hat an wahren Dienstleistungen aufs Jahr gesehen. Und wenn man den deutschen BIP mal anschaut per Kopf und den in Pakistan, wird man einen großen Unterschied feststellen. In Pakistan liegt der BIP per Kopf bei 1250 Euro. Da gibt es verschiedene Angaben. Ich habe so einen Durchschnittswert genommen. Und in Deutschland liegt er bei 40.000 Euro. Das ist das 32-fache von dem, was die in Pakistan per Kopf pro Jahr erwirtschaften. Und da sieht man dann erstmal die große Differenz, die wir haben zwischen einem Entwicklungsland oder einem Drittland und einem etablierten, gut wirtschaftlich dastehenden Land wie Deutschland oder den USA. Das gilt ja für ganz Europa. Hier werden Arbeitnehmer oder Dienstleister weltweit gegeneinander ausgespielt, egal wie viel sie verdienen oder erwirtschaften. Und es ist interessant, arme Menschen, für die ist Fiverr natürlich eine Goldgrube. Die können jetzt auf einmal Geld verdienen und sich einen Lebensstandard ermöglichen, der zuvor nicht möglich gewesen wäre, weil sie an der gesamtwirtschaftlichen, globalen Wirtschaft teilnehmen würden. Und ganz ehrlich, wenn ich in Pakistan wäre und auch einer von diesen armen Jungs, dann würde ich hundertprozentig auch auf Fiverr meine Dienstleistung anbieten und nicht irgendwie Arzt werden oder Uniprofessor. Wie sieht so ein Kreislauf jetzt aus? Angenommen, deutscher Unternehmer hätte gern Logodesign. Ein deutscher Grafikdesigner ist ihm viel zu teuer. Deshalb geht er auf Fiverr, kauft sich dort ein Logodesign für 5 Dollar und ist glücklich, dass er ein günstiges Logodesign hat. Und ich glaube echt, Freunde, dass ein guter Grafikdesigner oder Video-Editor in Pakistan mindestens genauso gut ist wie hier jemand in Deutschland. Nur, dass er das zum Bruchteil vom Preis anbieten kann. Und mit 5 Dollar hat er schon teilweise das Fünffache verdient, was ein Arbeiter in Pakistan pro Tag verdient. Und wenn er 10 Dollar verdient, also 2 Gigs bekommt auf Fiverr, dann hat er schon das Zehnfache verdient, was ein normaler Arbeiter in Pakistan pro Tag im Schnitt bekommt. Manche bekommen dann nur einen Dollar. Das ist krass. Und jetzt haben wir hier eben diesen Vorteil, der Unternehmer hat ein mega günstiges Logo und hier der Pakistani hat sich viel Geld verdient. Was passiert? Hier gehen immer mehr Arbeitskräfte in Pakistan auf diese Plattform, weil sie dort sehr viel Geld verdienen. Und die Wirtschaft, wenn man jetzt einfach mal in die Zukunft denkt von 10 bis 20 Jahren, in der Wirtschaft von Pakistan, wichtige Berufe wie Ärzte, Universitätsprofessoren werden nicht mehr besetzt, weil man woanders wesentlich schneller viel mehr Geld verdienen kann. Und was passiert hier in Deutschland? Da gehen die Grafikdesigner und die Video-Editors leer aus, weil eben nur die direkte globale Verbindung besteht, dieser kurze Weg, der durch das Internet möglich ist und der eben überhaupt erst ermöglicht, solche günstigen Preise abzurufen und für solche günstigen Preise was zu erwerben. Und ihr könnt euch vorstellen, was das alles durcheinander wirft. Ich habe jetzt mal auch auf Fiverr geschaut, wer hat das Ganze als Vollzeit-Shop und wer hat das als Neben-Shop? Auf Fiverr gibt es die Pro-Section, da bieten wirklich Leute zu höheren Preisen Dienstleistungen an und in dieser Pro-Section befinden sich fast nur ausschließlich, ich habe keinen einzigen irgendwie Inder oder Pakistani in dieser Pro-Section gefunden, also Leute aus Schwellen- oder Drittländern. Das waren alles Leute aus Amerika oder aus Europa, die in dieser Pro-Section waren und das waren wirklich, sage ich mal, Preise, die gerechtfertigt gewesen wären, hätte jemand hier in Deutschland zum Beispiel ein Logo-Design gewollt. Das waren dann wirklich dreistellige Beträge, vierstellige Beträge und ich habe mir denen geschrieben und das Interessante war, alle, die so in dem Niedriglohnsektor waren, also die Logo-Designs angeboten haben für 5 Dollar oder Videoschnitt für 20, 25 Dollar, die haben alle gesagt, dass das ihr Hauptverdienst ist. Also ich habe mir ganz vielen Bangladeschis, Pakistanis geschrieben, die haben gesagt, die arbeiten inzwischen Vollzeit auf Fiverr und bei fast, wirklich fast allen Europäern und Amerikanern, mit denen ich geschrieben habe, die haben alle gesagt, sie könnten von Fiverr nicht leben. Das ist nur ein Zuverdienst, ein Nebenverdienst, weil das eben so ein krasser Preisdruck ist, der da stattfindet und wenn du nicht mit den Preisen ganz unten setzt, dann kannst du auf dieser Plattform nicht existieren. Das heißt, du musst dich preislich diesen niedrigen Preisen anpassen, den 5 Dollar, den 10 Dollar Preisen, um überhaupt Aufträge zu bekommen auf dieser Plattform. Zu diesem Thema könnte man noch so viel mehr sagen, ich möchte es dabei lassen, ich bin das einfach mal im Kopf durch und was das alles bedeutet und wir kommen jetzt noch zu Nachteil Nummer 5. Und der sieht so aus, dass es einen ganz großen Profiteur in diesem System gibt. Im 21. Jahrhundert könnte man eigentlich sagen, mach eine Plattform, bau dir eine Plattform, die irgendein Ziel erfüllt und hol da möglichst viele Leute drauf und du wirst reich. Und das ist das, was Plattformen ja auch wollen. Die wollen Geld verdienen mit dem, was sie auf ihrer Plattform anbieten. Und so ist es auch bei Fiverr. Fiverr zwackt von allen Dienstleistungen, die angeboten werden, 20% ab. Ich finde es ja so schön, wie sie es auf ihrer Homepage formulieren. Da schreiben sie nämlich, du darfst 80% behalten, dabei musst du 20% abgeben. Und jetzt rechnen wir das mal kurz durch. Angenommen, ihr verdient 1.000 Euro auf Fiverr, dann müsst ihr 200 Euro davon an Fiverr abdrücken als Gebühr, dass ihr auf dieser Plattform aktiv sein dürft. Und jetzt stellt euch das mal in der Zukunft vor, wenn es ein paar Monopole gibt, die den ganzen digitalen Arbeitsmarkt im Griff haben, die können diese prozentualen, sage ich mal, Gebühren, die sie verlangen können, die so einstellen und regeln, wie sie wollen. Und ich weiß nicht, aber ich will nicht 20% für das, was ich, sage ich mal, gearbeitet habe, an der Plattform abdrücken. Klar kann man jetzt sagen, okay, das sind irgendwie Gebühren, die man an die Plattform zahlt, dafür, dass man drauf sein kann und dass man da arbeitet und dass man viel mehr Aufträge bekommen kann. Aber schlussendlich kommt alles dann wieder zum Algorithmus. Der Algorithmus ist so undurchsichtig. Ich habe mit vielen Leuten geredet und die haben alle geschrieben, ja, oder auch wenn man mal in das Forum von Fiverr schaut, es gibt so viele, sage ich mal, Beiträge, die fragen, hey, wie werde ich weiter oben gerankt? Ich bekomme keine Aufträge. Und da ist es oftmals so, dass man sogar die richtigen Keywords benutzt hat und trotzdem nicht weiter oben rankt. Und das ist halt auch das Problem. Niemand weiß, wie der Algorithmus versucht. Keine Aufträge sind garantiert. Du weißt nicht, wann du welchen Auftrag bekommst. Du bist eigentlich ein Stundenlöhner. Du sitzt morgens vor deinem PC und weißt noch nicht, wann du Arbeit bekommen wirst. In manchen Ländern ist das gang und gäbe. Das ist so ein Straßenstrich, kann man schon fast sagen, wo sich jeden Morgen Leute hinstellen, Arbeiter, wo dann irgendwelche großen Gutsherren vorbeikommen, mit ihren Autos ein paar Arbeiter aufladen, für ein paar Stunden die bezahlen, arbeiten lassen und sie abends wieder absetzen. Du weißt morgens noch nicht, was du abends verdient haben wirst. Und das ist einfach so, ja, so eine Unbestimmtheit. Und dann gibt es eben noch die Plattform, die dein Geld abzwackt, 20%. Und wenn du dann noch auf, zum Beispiel das Ganze auf Paypal auszahlen lassen möchtest, dann musst du noch Paypal-Gebühren abdrücken. Und so zwackt jede Plattform ihr Geld ab, weil die wollen ja auch irgendwas an dem ganzen Prozess verdienen. Und das ist auch so ein Punkt, 20% von dem, was ich erwirtschaftet habe, abzudrücken, das ist einfach schon eine krasse Nummer. Kommen wir zum Fazit. Würde ich als Kreativer auf so einer Plattform arbeiten und wem würde ich das Ganze empfehlen, auf so einer Plattform zu arbeiten? Ich sage ganz klar nein. Ich möchte noch einen Kunden hier vor Ort haben, in meiner Stadt, zu dem ich hinfahren kann, mit dem ich reden kann und mit dem ich eine persönliche Beziehung aufbauen kann und wirklich auf Vertrauensbasis arbeite. Also vielmehr ein Partner als ein Kunde. Das ist mir ganz wichtig. Und da können dann auch auch Projekte entstehen, die über sich hinaus wachsen, die wirklich einen Mehrwert haben. Und ich denke auch, dass viele Unternehmer, die solche Dienstleistungen suchen, immer noch zu jemandem wie mir kommen werden und nicht unbedingt auf Fiverr ihre Sachen kaufen, ihre Dienstleistungen, obwohl sie viel, viel günstiger sind. Ich meine, manche Sachen, wie jetzt zum Beispiel konkret drehen, das ist nicht so möglich, wobei Fiverr inzwischen auch so weit ist, dass sie wirklich Dienstleistungen vor Ort anbietet. Das heißt, Leute können sich zum Beispiel ein Fotoshooting oder ein Videodreh über Fiverr buchen und ich möchte mich aber nicht zu einer Plattform aussetzen, die mir diktiert, wann ich meinen Kunden antworten muss, wie oft ich auf dieser Plattform online sein muss und was ich eben tun muss, um überhaupt mein Geld zu verdienen. Das ist echt krass und das wird immer mehr in unserer Welt Einzug halten und vielleicht kann man sich auch nicht unbedingt entziehen. Deshalb ist es so wichtig, dass die Politik da klare Richtlinien schafft und das Ganze reguliert. Und jetzt noch, wem würde ich das Ganze empfehlen? Jemand, der seinen Hauptverdienst daraus ziehen will, sage ich nein, das funktioniert nicht. Ich habe auch mit Leuten geschrieben, die haben alle gesagt, um das wirklich zu schaffen, hier in Europa, in Amerika, müssten sie das Zehnfache verlangen von dem, was sie jetzt gerade tun, um davon Vollzeit leben zu können. Und wenn du das jetzt als Nebenverdienst machen möchtest, okay, da musst du aber dir auch bewusst sein, dass du dich den Dumping-Pricen anpassen musst. Ich meine, Bangladeschi verdient einen Haufen Geld oder ein Pakistani mit 5 Dollar, aber für uns reicht das eben nicht oder entspricht es nicht einem ebenbürtigen Ausgleichen finanziellen, was wir für unsere Stunde hier sonst bekommen. Von daher, als Nebenverdienst vielleicht okay, als Hauptverdienst auf keinen Fall. Man kann zu diesem Thema noch viel mehr sagen, aber ich schließe an dieser Stelle. Ich hoffe, das Video hat euch einen Einblick gegeben. Kommentiert auch gerne mal unter diesem Video, was ihr zu dieser Thematik sagt. An dieser Stelle sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Hier links geht es wie immer zu zwei weiteren Videos. Hier unten dürft ihr mich gerne noch abonnieren. Schaut auch mal auf Instagram vorbei. In diesem Sinne, haut rein. Ciao.